Ja, das kennen wir schon, da kommen jetzt Leute. Das könnte man aber einfach auch ausgrippen, wenn man das schon einmal gesehen hat. Was soll ich da, die alle töten? Jetzt habe ich irgendwie übersehen. Jetzt haben die alle da oben. Ich habe einfach keine Chance. Bei den Leuten kann ich die oben nicht angreifen und sobald ich mich bewege, finden sie mich. Ich muss also tatsächlich von oben arbeiten, aber dass ich sie alle töten musste, wusste ich auch nicht. So, neuer Versuch. Als erstes muss der da oben weg. Als nächstes der. Das ist interessant, dass er gar nicht merkt, dass er auf ihm geschossen wird. Also er schreit zwar, aber er reagiert nicht drauf. Oh. 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 Ich sehe einige gar nicht und der rennt da nur gegen mich. Ach da ist einer. Ich werde dich entfernen, mit meinen bare handschen. Ich werde dich verabschieden. So, das dürfte ja letzte gewesen sein. Na, ob das jetzt so gut geht, glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Also, ich vermute mal, da wird irgendwas schief gehen, sobald wir da sind. Das wäre ja um einiges zu einfach. Das wäre ja um einiges zu tun. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nachher verdienen muss. Ich sehe nämlich hier direkt das Auto mit. Und ich? Du hast den Punk callen meine Freundin. Ich bin hier. Warum bin ich hier? Du bist so schief. Ich bin hier. 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 Du brauchst mich. Der Problem ist... Ich brauche dich nicht. Geh weg. Das ist der Weg. Danke für die Tipp. Ich habe mich überrascht, Damien. Er hat mich überrascht, um den Weak-Code zu verabschieden. Und ich habe ihn überrascht, wie auch ohne Computer zu tun. Die Menschen können sich mehr verabschieden als ihre Systeme sein. Sie waren ein starkes Team. Nach Lina, ich bin mit ihm fertig. Ich hatte Zeit zu denken über ihn. Aber jetzt ist er wieder zurück. Ich muss wissen, was er auf dem Merlot hat. Ich bin mit ihm. 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 Das Mann hat eine Schmerzen. Ich bin mit ihm. Waus? Es geht nicht. Da müssen wir ein bisschen fahren. Ich glaube, das überspringe ich dann mal. So, und da sind wir am Grab von unserer Nächte. Ich weiß nicht, dass du die Blüten verlassen kannst. Ich weiß. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hat. Das geht darum, zu gehen. Ich weiß. Nein. Wir haben alle ein Schmerz gefühlt, aber... ... du musst du zu stoppen versuchen, es zu fixieren. Ich bin nicht versuchen, etwas zu fixieren. Aiden, ich weiß, was du machst. Ich weiß, dass du nach den Menschen, die das getan hast. Wenn du das machst... ... du hast uns alle in Gefahr wieder. Du bist nicht in Gefahr. Weil ich dich schütze. Du hörst dich selbst? Aiden, warum kannst du nicht stoppen? Weil... ... ich muss wissen. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist mein Welt, und ich werde dich entfernen, bevor ich ihn verletze. ... du hast dich nicht verletzt. Du hast mich nicht verletzt. Du kannst dich nicht schützen, Lena. Ich verletze sie. ... du hast dich nicht verletzt. 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 Ich werde das nicht verletzt. Vielen Dank.